EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat diese Woche eine Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten und unser Abgeordneter Harald Wilimsky hat sie natürlich verfolgt. Lieber Harald, die EU und vor allem die Kommission ist ja in der Vergangenheit des Öfteren durch ihre realitätsfremde Politik oder realitätsferne Politik aufgefallen. Hat Ursula von der Leyen diesen Eindruck verstärkt oder konnte sie ihn irgendwie widerlegen? Also ein mehr als verstärkter Auftritt war ein mehr als erbärmlicher, weil Ursula von der Leyen und ihre Kommission in allen zentralen Fragen der europäischen Politik versagt hat. Wir haben ja diese europäische Einigung auf Schiene gebracht, um drei Dinge sicherzustellen. Frieden, Freiheit, Wohlstand für möglichst viele Menschen, wenn man sich jetzt das Ergebnis anschaut. Frieden, die EU betätigt sich immer mehr als Kriegstreiber im Konflikt Russland, Ukraine, Freiheit. Auch hier völliges Versagen. Wir implementieren gerade den sogenannten Digital Service Act, wo auch Behörden reinschnüffeln können in Chatnachrichten der Bürger, wo EU-Behörden feststellen, was ist wahr, was ist nicht wahr. Absurd das Ganze und Wohlstand sowieso, wo durch die EU-Politik, Energiepolitik, wir heute zweistellige Inflationsraten hatten und sehr viel an Wohlstand vernichtet wurde. Ich kann nur eine glatte Fünf austeilen für diese Kommission, für Frau von der Leyen. Und die darf keinesfalls eine zweite Amtszeit haben. Ein Kernanliegen der EU ist es ja, dass sie immer mehr Kompetenzen an sich reißen möchte und so die Mitgliedstaaten versucht zu entmachten. Ist dieser Zentralisierungswunsch die richtige Antwort auf die Probleme der Menschen in der heutigen Zeit? Es ist der grundfalsche Ansatz, weil auch nicht der europäischen Ursprünglichkeit entspricht. Europa ist ein wundervoller Kontinent, der auf Vielfalt und Pluralismus beruht. Und das, was die Völker und Nationen Europas wollen, ist Zusammenarbeit auf Augenhöhe und in Freundschaft miteinander. Was sie nicht wollen, ist eine irrwitzige Brüsseler Regierung, die immer mehr Macht und Kompetenzen an sich reißt. Und wir treten an, mit unseren Freunden das zu durchbrechen, Macht zurückzuholen in die Mitgliedstaaten, in die Parlamente wieder verstärkt direkte Demokratie zu implementieren. Und das wird unser Ziel sein und weg von diesem Zentralismus-Irrsinn. Wir haben jetzt von dir viel gehört, was die EU falsch macht. Was müsste sie denn richtig machen, damit die große EU-Skepsis, die wir ja in vielen Ländern haben, zurückgeht? Sich selbst einfach wieder redimensionieren, sich zurücknehmen, sich darauf besinnen, wofür nach dem Krieg eine europäische Gemeinschaft ihren Beginn genommen hat. Und das war Frieden, Freiheit, Wohlstand. Man muss den Binnenmarkt entsprechend würdigen und ausbauen. Man muss jungen Menschen die Möglichkeit geben, überall in Europa studieren zu können, fremde Sprachen zu erlernen, sich selbst in ihrem beruflichen Weiterkommen, die bestmöglichen Chancen zu offenbaren. Man muss Unternehmern die Möglichkeit geben, zu expandieren. Ja, aber das war es auch schon. Frieden, Freiheit, Wohlstand im wirtschaftlichen Bereich zusammenarbeiten, Forschung und Entwicklung, ob das jetzt Krebsforschung ist, hier zusammenzuarbeiten, neue Technologien sind hier zusammenzuarbeiten. Und bei allem anderen soll sich die EU heraushalten. Und dann, glaube ich, klappt es auch wieder mit den Bürgern und die Zustimmung zur EU wird massiv anstrengend. Dann hoffen wir, dass Ursula von der Leyen das gehört hat, weil dann wird in der EU auch vieles besser. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen.